Das muss wieder die Pferdhüfte sein, genau. Ich hab die immer noch nicht gegessen. Sonst hab ich doch noch ein schweres mehr dabei. Na gut, das reicht ja auch. Jetzt gehen wir unser Haus verschönern. Bei dem Herrn Vogt. Glaube ich. Ja, müsste korrekt sein. Auf zur Drachenpeste. Auf zur Drachen, ja genau. Ich weiß gar nicht mehr, was man sich alles kaufen konnte, aber wir haben ja genug Geld dabei erstmal, oder? Ja, 4.000, das ist doch erstmal... Wir könnten sogar noch mehr holen, wenn wir den ganzen Schmuck verkaufen würden und die Edelsteine, aber... Ich glaub, das würde ich dann noch gerne im Flusswald machen, bei dem Herrn Valerius. Werde die auch gleich irgendwie mal anstellen. Aber erst mal mal ein Haus verschönern. Das Haus in Einsamkeit können wir uns auf keinen Fall leisten. Die 25.000, das ist auch ewig, wo sich das aufbringen kann. Der Erfolg ist natürlich mal wieder unerfindbar. Wir warten. Du. 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 Vogt. 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 Hier ist Irilid, aber Vogt ist immer noch nicht da. Okay, noch länger warten. So. Du. 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 Vielleicht hat er ja noch mal wieder ein paar Aufträge für uns. Könnte auch mal wieder sein. Warte, wie lange nicht von dem Herrn Valgruuf, aber der ist aber auch nicht da. Der Vogt, das ist der Magier. Okay, da warten wir halt noch länger. Du, 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 du. Die nehmen ihre Pflicht also nicht gerade ernst hier. Da ist er. Ich diene Jarl Valgruuf als Vogt. Okay, nach Arbeit suche ich auch. Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Wunderbar. Äh. Ich würde gerne mal zu Hause einrichten. Und natürlich. Also. Ja, kenne ich ja schon. Äh. Alchemielabor, Schlafzimmerdekoration, Dachbodendekoration, Speisestalldekoration, Wohnzimmerdekoration oder Kücheneinrichtung. Jetzt mal 300, 550, äh, 800, 1000, 1300, 1800. Sollen wir erstmal alles machen? Alchemielabor habe ich eigentlich nicht. Dann mache ich erstmal alles außer das Alchemielabor. Das nehmen wir. Seert, möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja. Kann sein, dass ich gerade das Alchemielabor gekauft habe. Ne, da ist es. Okay. Was habe ich denn gerade gekauft jetzt? Keine Ahnung. Seert, möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? 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 Nein. So, jetzt haben wir noch, immer noch 2000. In der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Hast du noch Arbeit für uns? Nein. Hast du? Nein. Und jetzt? Oh, Seelenstein. Na toll, darf ich wieder nicht mitnehmen. Hallo. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Habt ihr was Neues? Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste sehen. Ich gehe mal kurz die Fürsten-Türmer durch, die wir noch brauchen. Wir müssen noch nach Markath, wir müssen noch nach Winterfeste. Wie hieß das ganz unten? Ne, Rifthorn? Doch, ist... Ne. Haben wir schon in Rifthorn? Ne, ich glaube, Rifthorn müssen wir auch hin. Da ist, glaube ich, unser Hauptquest, oder? Moment. Da unten, war das Rifthorn? Da? Rifthorn, ja, da müssen wir auch noch hin. Äh, Winterfeste, ja. Dann Winterfeste, Dämmerstern waren wir auch noch nicht. Und hier hinten war noch Markath. Ja, und dort haben wir sie alle. Oder ist hier noch eins? Ne, da ist noch eins. Falkenring waren wir auch noch nicht. Ist gar nicht so weit weg, da könnte man eigentlich von... Energiequelle in Aufstieg da... Was? Aufstieg des Alten. Hä, wann habe ich da hier den Quest hingekriegt? Egal. Ach, ich wollte ja mal in den Heim eingucken. Dann gehen wir doch mal direkt nach Weißlauf. Geht doch schneller. Geht doch viel schneller. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Das muss jetzt wunderschön und hübsch sein, sonst verlange ich mein Geld zurück. Das kriege ich sowieso nie wieder, aber ich kann es trotzdem verlangen. Na, mal sehen. Na, na, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Oh! Das ist doch viel gemütlicher. Na, Lüdie? Aktivieren Waffenständer. Wenn du einen Waffenständer aktivierst, wird deine aktuelle Waffe doch abgelegt. Ah, wir können unsere Waffen da reinstellen, ja? Moment. Du musst eine Waffe ausgerüstet haben. Habe ich doch. Egal. Nehmen wir sie. Okay, das ist ja cool. Das heißt, wir können hier tatsächlich so ein bisschen einrichten. Jetzt will ich die... Hoppla. Wo ist denn das andere Schwert? Ach toll, das ist kein Favorit mehr, oder was? Moment. Ne, das ist kein Favorit mehr, so. So. Okay, das ist ja ganz nett. Guck mal, die haben jetzt sogar Essen hingelegt. Und Tassen und jede Menge anderen Kram. Im Schrank ist auch was. Gold. Ach, die haben uns Gold geschenkt. Ist ja nett. Ist ja richtig gemütlich hier. Das gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier? Der Bereich ist immer noch scheiße. Gibt es denn irgendwas zu machen? Hier kommt wahrscheinlich das alte Milabor hin, ne? Ups. Ich wollte eigentlich im Schrank rum gucken. Kein Teller mitten im. Besen. Kessel. Papierrolle. Besen kann ich jetzt hegen? Okay, jetzt gucken wir, wie es oben aussieht. Ups. Ah, okay. Das finde ich jetzt... Ich sehe schon was gemacht worden. Sieht aus wie vorher. Hier ist was gemacht worden. Ah, das ist doch viel schöner als vorher. Viel, viel schöner. Das Bess sieht immer noch scheiße aus, aber der Rest ist viel, viel schöner. Ja, wir können sogar hier... Zwei Eisen-Zweihänder und ein Eisenschild. Was ist das? Das können wir uns nicht nehmen. Ach, wie geil. Ich habe mir ehrlich gesagt noch ein Bücherregal gewünscht, wo wir so Bücher reinpacken können, aber sowas scheinen wir nicht bekommen zu haben. Das ist ein bisschen schade. Aber erstmal egal. Cool, wir haben unser Heim eingerichtet. Ist hübsch. Gefällt mir gut. Nicht, dass man unbedingt braucht, aber hübsch. So, ich gucke mal, was machen wir denn jetzt an Quests. Erstmal kurz alles aktivieren ist, glaube ich, noch, oder? Ist irgendwas nicht aktiviert? Da. Das Museum ist nicht aktiviert. Und sonst ist alles aktiviert. Okay, mal gucken, was machen wir denn? Die Maditenanführer am Lager stehen, dass... durch Strom... Das könnten wir machen. Das geht bestimmt schnell. Ah, machen wir das. Machen wir einen schnellen Maditen... aus... räucherungs... Akt, und dann gucken wir, wie es weitergeht. In der Zeit überlege ich mir, was ich als nächstes mache. So, das ist schon irgendwo hier hinten. Das wird da oben schon sein. Oh, guck mal, da steckt ein Pfeil. Lalalalalala... Lalalalalala... Können wir also mal wieder machen, ein bisschen... Was hat der gerade so geknallt? Ein Drache. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Er ist aber gelandet. Man hört ihn schnappen. Wo ist der? Ach, da. Drache, komm wieder her. Komm schon, trau dich. Komm! Moment, ich schieße ihn ab, dann hat er mich... dann bemerkt er mich. So. Blutdrache. Es gibt anscheinend keinen normalen Drachen mehr. Das sind alles Blutdrachen. Da, 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 episch, äh, Musik. Wieso ist der da hinten? Da auch ich mich nicht. Komm her. Das wird das Banditenlager sein, was der Jäger da ausreicht hat. Der Drache, aber ist egal. Komm her. Ich hab keine Angst vor dir. Blutdrache hat gerade irgendwas gesagt. Na, komm. Komm, 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 komm. Braver Blutdrache, komm her. Ich würde doch irgendwie gerne wissen, gegen was der da eigentlich kämpft. Und wo er ist. Da. Lida, wir kämpfen doch gerade gar nicht. Wer ist das? Ein Jäger. Da kämpft gegen irgendwelche Jäger. Komm schon. Oh, noch ein Jäger. Ich hab ganz viel Unterstützung hier. Lande doch mal. Ist er gelandet? Ne, er fliegt immer noch. Das ist euer Ende. Meins nicht, aber seins. Ich fände jetzt gleich mal einen Fußbrot da an. Ich komme da dann ja hierher. Lande doch mal. Da hinten landet er. Du bist ja witzig. Komm schon, Blutdrache. Ich hab nur ein ganz kleines bisschen Angst vor dir. Ah, es ist ja wieder weggeflogen. Fick dich doch, ey. Du blödes Vieh. Die Musik hat auch aufgehört. Wie du haust jetzt ab? Was hast du bekämpft? Da ist irgendwas. Na komm. Würde ich ja, wenn er mal landen würde. In meiner Nähe. Lande. Der hat jetzt gar kein Interesse an mir, dieser blöde Drache. Da landet er. Er landet. Oder doch. Doch, er landet. Nein, er landet nicht. Hallo. Beachte mich. Ich bin gefährlich. Gegen was kämpfst du jetzt schon wieder? Oh, da sind noch mehr Feinde. Was war das denn? Welche Banditen. Wer ist denn das die Banditen, die ich ausräuchern soll? Da sind jetzt auf jeden Fall einige. Toll. Ich kann nur gehen den Drachen kämpfen. Wo ist der? Ich habe den Drachen aus den Augen verloren. Danke, ihr behinderten Banditen. Wo ist denn Lydia? Da ist eine Wache von Weißlauf. Drache? Da. Er landet da hinten. Ne, der verarscht mich. Der verarscht mich doch eiskalt. Was macht der da? Jetzt bezahlt ihr. Wer kämpft dir gegen mich? Huch! Was zum? Hä? Ach, hau ab! Was, was sind so viele Feinde? Ich heu jetzt erstmal die Feinde kaputt. Und so. Vielleicht landet der Drache ja zwischendurch mal. Angriff! Komm hier, Angriff! Ich höre jetzt epische Musik. Vielleicht landet er jetzt wirklich. Gold, Pfeile. Da. Landest du etwa? Ja, hab ich auf jeden Fall beachtet. Ja, jetzt kommt hier irgendein Zauberer-Vandit hier. Leck mich doch! Hau ab! Ach, guck mal, Banagonia. Äh, Zaubertrank? Sehr schön. Komm mit Dovakin, Dovakin-Musik. Lande. Lande, du, Dovazack. Der landet nicht, oder? Nee. Aber ich fuß von Dovakin jetzt an. Na, verwirrt! Komm her, lande! Lass sie in Ruhe! Du Mistvieh! Ist sie tot? Nein, okay. Unser Bandit ist tot, okay. Komm, komm. 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 Und er landet. Ja, endlich mal! Stirb! Erledigt! Das war's. Blutdrache durchsuchen. Orkischer Pfeil. Stahl Pfeil. Drachen. Knochen. Drache. Schuppen. Gold. Ein Granatstein. Und Eisenpfeil. Das war's. Oh, so viel Blut. Das sieht ja nicht gerade realistisch aus, dieses Blut. Naja, egal. Drachenseele aufnehmen und dann die Banditen erledigen. Das war's. Einer hat es, mensch. Das war's.